Ich bin 80 Kilo, in der roten Ecke, Markel Wienhochmoor hat den HBS, in der blauen Ecke, hier tut Yangir Pesca auf. Dieser Kampf wird jedenfalls über dreimal eine Minute. Vielen Dank. Ring frei, Runde 1. 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 Runde 1. Du kannst da keiner rein? Ja, ja, hab ich auch. Sogar Jens hat jetzt 32. Ja, wir können, ich hab eben, im Hören hab ich von der Entfernung, äh, aus, den Hüten, gemacht, zu folgen, zu rinden. Ja, also 25 oder 24? Ja, 24 oder 32. Ja, ja. Ja, ich hab 24. Aber der 3. Ja, da kann ich auch fahren mit, da kann ich wieder rein. Ja, ja. Nee, der ist schon, äh. Also, ich hab ja irgendwoher noch die mit Kassette gehabt, die Kameraden. Das sind, äh, das sind Bilder. Stimmen? Ja, ich hab' ja auch, das sind, äh, die Kameraden, die Kameraden, die Kameraden, Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.